Wer hätte das vor ein paar Tagen noch gedacht, aber der August läuft in diesem Jahr tatsächlich noch heiß. Am Mittwoch gibt es Temperaturen am Oberrhein von bis zu 30 Grad, am Donnerstag bis zu 33 Grad und der Freitag könnte sogar Spitzenwerte um die 33 bis 35 Grad bringen. Bade- und Grillwetter stehen also vor der Tür, aber die Wettermodelle sind sich uneinig, wie es danach weitergeht. Was passiert ab dem Wochenende? Wird es doch wieder kühler oder bleibt uns die Hitze erhalten? Da müssen wir wohl noch ein bisschen abwarten, bis wir genaueres wissen. Hallo und herzlich willkommen zum Wetterkompakt am heutigen Montag hier bei wetter.net. Zunächst der Blick auf die Großwetterlagenkarte und das Hochelfi bringt uns morgen meist viel Sonnenschein. Auf der iberischen Halbinsel schon große Hitze, 40 bis 45 Grad im Süden von Portugal und Spanien, aber auch von Italien bis nach Griechenland und bis in die Türkei wird es sehr heiß weitergehen. Da gibt es heute Nachmittag und am Abend schon Temperaturen in Griechenland von 40 bis 45 Grad. In den nächsten Stunden ist der Himmel bei uns meist wechselnd bewölkt. In der Nacht zieht neuer Regen hier aus Westen herein. Der zieht einmal Richtung Nordosten später ab. Danach lockern die Wolken auch mal stellenweise auf. Nur am Norden bleibt es durch Wachsen, teilweise Schauer und Gewitter. Und hier wird immer noch ein recht frischer Wind. Die kommende Nacht bringt dem Norden weiterhin viele Wolken, ab und zu einzelne Regenschauer. Hier und da auch kurze Gewitter. In der Mitte und im Süden, da lockern die Wolken immer wieder mal auf. Es bleibt trocken und die Temperaturen, die erreichen morgen früh so 11 bis 15 Grad. Der Dienstag beginnt dann insgesamt mit vielen Wolken im Norden. Später gibt es hier einzelne Schauer und auch Gewitter. Es bleibt deutlich kühler als im Süden. Hier werden maximal 18 bis 23 Grad erreicht. Im Süden dagegen meist freundlich. Viel Sonnenschein und Temperaturen um die 24 bis 28 Grad. Ja und noch wärmer wird es dann am Mittwoch werden. Bei viel Sonnenschein steigen die Temperaturen am Oberrhein auf bis zu 30 Grad. Sonst werden so 23 bis 28 Grad erwartet. Auch der Donnerstag bringt viel Hochsommerwetter, viel Sonnenschein. Temperaturen 24 bis 30 Grad. Im Südwesten sogar 32 oder gar 33 Grad. Wir blicken noch weiter auf den Freitag. Auch der bleibt sehr sonnig und sehr heiß. Die Temperaturen steigen im Westen und Südwesten auf 33 bis 35 Grad. Sonst werden 25 bis 31 Grad erwartet. Und am Nachmittag gibt es aus Westen und Südwesten verbreitet einzelne Schauer und Gewitter. Ja und was kommt da vom Himmel bis zum Samstagmorgen? Hier mal die Regensummen nach dem deutschen Wettermodell. Ja und wir sehen, in der Mitte und im Süden kommt fast nichts vom Himmel. Es bleibt meist trocken, aber nach Norden und Nordwesten an der Nordseeküste, teilweise an der Ostseeküste. Da kommen schon so 10 bis 20, teilweise 30 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel. Ja und wie es am Sonntag, Montag weitergeht, ist noch völlig offen. Das europäische Wettermonat zeitweise berechnet. Es wird kühler werden. Die Amerikaner bleiben bei Hitze, also da ist ziemlich noch viel in der Schwebe. Da müssen wir einfach noch ein bisschen abwarten, wie sich die Wetterlage genau weiterentwickeln wird. Mindestens zwei bis drei Tage wird es ziemlich warm bzw. heiß werden, aber danach ist alles noch relativ offen. Ja das war es vom Wetter hier bei wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Und wenn ihr das Wetter noch als Fische haben wollt, dann klickt doch einfach mal hier auf das letzte Wettervideo. Tschüss.